Thomas Willis und Emilia Jovovich Emilia Jovovich war das, ja genau Jovovich Ah, war ein geiler Film Okay, also man braucht für Eine Bandage, vier Pflanzenfasern Also da müssen wir noch einige sammeln an Pflanzenfasern Jo Seid ihr links oder rechts? Ich bin Richtung links gegangen Äh, ich auch, weil da wo ihr vorher gestorben seid Also ich bin da wo das Haus ist Da wo das Haus wohnt Und wie gefällt's euch bis jetzt? Ich find's geil Ja, mir macht's irgendwie auch Spaß Wie gesagt, der Retro Charme, der ist echt klasse Hehehehe Oh Hehehe Hehehe Hehehehe Hehehe Wie kann ich das fallen lassen? Mit Kuh Oder einfach raus im Inventar ziehen Nee, das tut er nicht Aus dem Inventar ziehen geht nicht Müsst du halbieren, oder? Nee, du musst es auf den Slot legen Hehehehe Moment Ich sammle's an Pflanzenfasern Ich sammle's an Pflanzenfasern Können wir ja immer gebrauchen Jo, ich hab hier ein Arzt gefunden Ich sammle mal hier Oh, hier ist auch ein Arzt Wow, 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 wow Geh weg, du Vieh Geh weg, du Vieh Eisnachs 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 Das dauert ne Weile Cool Das Gold hat glaub ich Gefühlt 60 Sekunden gedauert Okay Immer noch Das ist echt komisch hier, oder? So lang? Alter, das sieht bei mir aus Als würd ich wieder drauf pissen Das mit der Taschnuppe ist gut Komm Tobi, Uri mir auch mit drauf Was? Die Uri mir ist da ja drauf Ich seh da irgendwie nur mein Strahlen Ehrlich? Ich seh Sascha sein aber nicht Ihr wisst ja, nicht die Strahlenkreuzen Hehehehe Irgendwie geht das nicht Ah, Pixel Oder auch nicht, ne? Hä? Ah Ich sammel mal hier Pflanzenzeug Also ich glaub auf dem ersten Planeten wird man sehr lang noch sein, oder Bis man alles hat Ich denk mal das ist der T-tutorial T-tutorial Planet T-t-t-tutorial T-tutorial Haben wir eigentlich schon genug Fleisch? Äh Ja Moment Genau Eins Okay Siehst du das da oben? Ja Fleisch! Was war so oben? Da war so eine Fliegen-Mottenart. So eine Mottenart. Fleisch! Juhu, ich hab meinen Boden in die Fische legt. Das geht glaube ich tatsächlich schneller, wenn wir da gemeinsam draufknallen. Der scheiß Vogel hat mich angeschissen. Der hat mich totgeschissen. Wie kann ich jetzt die Torch zum Beispiel aus dem Inventarplatz 6 rausholen? Dragon Rock, wenn du das Inventar auf hast. Achso, nur wenn das Inventar auf ist. Okay, das ist ne coole Sache, wenn sie das so gemacht haben. Ist hier ein halbes Jump-and-Run. Für was brauchst du eigentlich den Cobblestone? Mitnehmen. Mitnehmen, was geht? Die gute alte Monkey Island Art. Erstmal alles in die Taschen packen. Man weiß nie, warum man es brauchen kann, gell? Genau. Ja, genau. Baum fällt. Da ist mein Mutter. So, ich grabe mich mal darüber. Das ist nämlich Copper Org, glaube ich, gleich an der Oberfläche. Können wir eigentlich auch ein Ding ins Fackeln erstellen? Ja, hab ich gesehen zu haben. Ich guck mir einfach schnell mal das Crafting-Mitü an, sonst bevor ich immer frag. So. Wo war das da? Äh, Climbing Rope? Äh, ich war grad so frech und hab noch zwei Fleisch gesammelt. Okay. Wunderbar. Alter, da gibt's ja Fallschaden, so'n Rotz. Gibt's doch Fallschaden? Ja, und zwar massivst. Was ist das? Für all your holiday crafting leads. Toy-Makers-Table. Aha. Glitch-Flag. Also gut, ich sammle mal das Kupfer hier. Wo bist'n du? Wir sind gleich bei dir. Ne, ich meinte wegen Fleisch. Fleisch, dass wir gleich die nächste Quest machen können. Weiter nach links. Du bist weiter nach links. Ja, einfach, ich bin jetzt beim Doktor. Achso, ne, ich bin schon ein Stück weiter. Hi, Frau Luise. Tobi, immer noch mit Pfeil und Boden, sonst gibt es kein Fleisch. Achso. Ich dachte mit Schwert auch. Das ist aber voll kacke da zum Pressen. Ah, okay. Da zieh ich. Sag ich doch. Hunting Season. Achso, äh, Doktor? Ja, bitte. Oh Mann, komm mal her. Das war's gerade für mich. Ah, das wollte ich dir grad kriegen. Hier, da nicht. Wow, 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 wow. Moment. Moment. Ja, Mist. Moment. Nein. Jetzt hast du beide gefressen. Äh, hier. Juhu. Oh, es wird tatsächlich dunkel. Oh, es wird tatsächlich dunkel. Waaaah. Also, ich hätte oben mal ein Bett. Was ist ein Bett? Ja, habe ich noch vorher abgebaut. Äh, habt ihr jetzt auch so ne komische Leicht hier unten im Bild? Ja. Temperatur. Und mich verfolgen gerade irgendwelche hässlichen Monster. Jawoll, Master Sniper. Ja. Geh weg, ich... Ach man, ich wollte den Snipern. Okay, ich geh mal schnell hoch aufs Schiff. Okay, ich komm. Wo ist hier ein Bett? Im Schrank. Achso. Bauen wir auf, vielleicht kann man da irgendwie besser regenerieren oder so. Ich schlau... Ja, da kann man ohne Schuss, da kannst du regenerieren. Na? Ich kann nicht mit dazu, leider. Äh, okay. Wie meinst? Äh, nein. Jetzt sind wir... Der ist nicht im Monster. Dann geh wieder hoch. Ich bin noch in deiner Höhle, da kann ich nicht nach oben. Aber ich habe sie physikalisch so geblockt, dass sie nicht reinkommen in meine Höhle. Einfach nach oben. Genau. Also wenn man in einer Höhle ist, kann man nicht hoch teleportieren oder wie? Genau. Das ist ja, Assi. Kannst du rein, ich bin fertig. Kannst ja auch mal das Bett schlampegeln, das ist ja... Sack. So. Okay. Dann... Weiß nicht, müssen wir das kochen jetzt, das Fleisch? Ich hab keine Ahnung, warte mal. Äh... Okay, ja. Und cook it on a campfire to produce cooked alien meat. Also wir sollens kochen. Wuuuuh. Ich hab da Pettikkochen. Ich hau meins auch mal rein rein. Das macht 7, 4 Rohfleisch, 6 Fattigfleisch. Gebt ihr mal hier. Das ist deshalb gut. Alter hast du mir grad mein Fleisch gemobbt? Ne. Doch, verstehe. Hier. Ich hab sogar Leder zweimal. Ich auch. Einmal ich hab... Es ist Zeit um eine Furnace zu kraftieren, also einen Ofen. Oh. Komm ich doch. Ah gut, dass du das gesammelt hast dann. Äh... Doktor. Was? Die Kohle ist auch im Schrank. Okay. Apropos Schrank. Stell mal den Schrank auf. Ein Campfire und ein Kohl. Wenn du möchtest, genau wie viel... Auf jeden Fall musst du ein Krafting-Table, Untick Materials, und Maus-Auto-Recipe, um ihre Ingenie zu sehen. Okay, da ist es. Das haben wir schon mittlerweile mitbekommen. Wie man craften. Ah, wir sollen jetzt aus einem... Aus Cobblestone sollen wir jetzt... einen Ofen bauen. Okay, das Ding heißt Stone Fairness. Wir brauchen 25 Cobblestone und ein Campfire vor Ofen. Okay. Wo ist es denn? Stone... Metalworkstation. Ich... Ich tu mal, ähm... We-Crafted-Long-Game-File. Wir haben doch hier zwei. Ja, wir waren drei. Wir sind zurück. Ist doch egal. Wenn wir hier die scheiß Quest machen, musst du Sch... Lampe. Achso. Schnarch-Zapfen. Musst du ein Campfire craften? Musst du nicht einfach nur... Okay. Ich schmelz mal hier, ähm... Kupfer. Wie macht man Campfire? Ah ne, das geht nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Ofen. Mit E-Exact-Igen. Wo ist denn der Furnace? Ich find den gar nicht. Ich find den gar nicht. Mit E-Exact-Stone-Furnace. Ah... A Campfire and some cover, if you'd like. Wir sollen an dem Crafting-Table schauen. Gib einfach unten bei Search ein Furnace. Dann kommt er. Bam, bitch. Ja, aber der muss doch hier auch sein. Wenn ich so schau. Äh... Kann man unten nicht einfach alles anzeigen lassen, oder so? Du kannst suchen. Und bei Search. Da find ich kein Furnace. Find ich auch nicht. Der heißt Stone of Furnace. Achso. Ja. Ah. Campfire und Cobblestone. Dann... Bau ich mal hier eins ab, oder? Wo war'n der dann drin? 25 Cobblestone. Wow. Aber ich hab' noch ein paar reingeworfen. Okay. Ich hab' nämlich nur drei. Also ich hab' mir jetzt hier... zwei... Eisen-Arts... Achso, gleich für die nächste Question schon zwei Eisen-Arts raus. Äh... Ich muss noch zwei Cobblestone sagen. Ich muss noch zwei Cobblestone sagen. Oder? Mh... Es geht doch jetzt hier um irgendwie... Ähm... Schmelzen der... Des... Eisen. Ach... Hatte ich gleich auch...